Moin moin, willkommen zurück. Heute mal ein Gameplay mit zwei Sachen, die ich nicht besonders häufig spiele. Einmal die Hemlock und einmal Mirage. Ich habe irgendwie in dem Charakter-Auswahl-Bildschirm ein bisschen gepennt, auf Sandy geguckt, was weiß ich. Deswegen kein Pathfinder, sondern Mirage. Ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Ein bisschen Abwechslung tut mal ganz gut. Also viel Spaß mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Boah, da kommen noch zwei Spots mit, glaube ich. Ja, zwei Spots über uns. Die sind deutlich weiter unten. I need a gun, I need a gun. I got no gun, I got no gun. Okay, gehe ich nicht aus. Ehrlich, schon noch eine Knarre, Mama hat die denn? Keiner genommen, ne? Ich bin hier gerade auf Leutejagd. Ich bin hier gerade auf Leutejagd. Boah, ich hätte fast abgedrückt. Boah, wäre das bitte gewesen, ne? Hast du drei? Ich habe keine Rüstung, ne? Einen, boah, ich noch. Auch keine Rüstung. Bei dem sind noch welche. Oh, die heilen sich gerade. Lass mir einen. Nein, ist keine Tür. Okay, los, los, los. Geh rein. Nur noch ein Backload hier. Nice, da sind die drei. Boah, die kriegt sie. Das war es wert. Gut, super. Ja. Ich muss jetzt auch noch den Chat heraussuchen. Ich habe weder Muni noch Schild noch irgendwas. Okay, habe eine Rüstung. Ich dachte, hier ist ein Feind, man. Jetzt nicht extra wegen einer IWA umgedreht. Ah, der Zug ist auch hier, ne? Der Zug? Der Zug. Hier ist der Zug. Habe hier einen Zug. Ah, der ist schon gelootet. Scheiße drauf. Der gönnt sich die Lieder rüsseln, der Penner. Egal. Ist die Brau da gelassen. Was bist du? Letzende meinen Köder. Granate unterwegs. Granate unterwegs. Ich trickse sie mit einem Köder aus. Oh, am Dach. Stelle Kontakt vom Feind her. Keine, kein Schild mehr. Weg. Ich muss mich kurz hier in Deckung begeben. Das hat mich nicht passiert. Ich habe einen ausgeschaltet. Das muss der letzte gewesen sein, weil keiner mehr Rache will oder so. Ja, habe ich mir gedacht. Sie wurden entfernt. Die haben den Loot des Todes. Dann fangen wir mal ab. Vor allem eine Waffe würde mir mal... Hier ist Energie-Munition. Ich habe hier eine Anpassung. Danke. Hier ist Energie-Munition. Da kann ich eigentlich nicht genug von mitnehmen. Weiter geht's, oder? Ja. Sie bleiben. Oh, der hat lila der eine. Der andere weiß. Der hintere. Und ich fahre runter. Ich bin auch unten. Hinter euch ist noch mehr, ne? Das ist noch ein Flatterhaus. Naja. Über uns. Okay, jetzt wollen wir uns mal langsam hochkämpfen. Ja. Einer von ihnen ist direkt hier. Warte. Oh, was? Von hinten? Ich habe jetzt überhaupt nicht hingeguckt, ja. Komm mal mit. Jetzt hat es wieder los, ne? Sie haben mich erwischt, aber ich bin noch da. Ich moin' nur dich getroffen. Hab ich schon. Egal wo du bist, du musst jetzt kommen. Ey, warum auf mich? Ich habe dich noch nicht mal angeschossen. Geht mir eine Sekunde. Kannst mich eben, Mike, das ist ja jetzt unten. Kannst mich eben, Mike. Hier, 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 hier. Echser. Bruder. Ich habe null, alter, fick dich. Was? Schon mal. Chillig. Bleib mal so. Ich bin mir in der Zone, ne? Ach du. Ja, die war da vor einer Woche auch schon. Ich habe da am Ballon wieder. Ich bin mir in der nächsten Ring. Ich rieche den Sieg. Wie da? Einmal getroffen. Mit zwei Energiewaffen. Ich habe eine. Ich habe auch eine. Ich glaube, der ist alleine, ne? Ich weiß nicht, ob da noch ein Kollege gelandet ist bei dem. Ja, da unten. Meine Drohne wurde zerstört. Ja. Ja. Ich gönne meinen Schäden eine Auflage. Der ist immer noch da oben, alter. Das trifft ihn nicht. Ich werde aber auch noch von der Energieversorgung geschissen. Nein, gegen den hat nicht wirklich eine Schnitte. Das ist ja ... HH8, 83. Ja, wir. Hau ab, hau ab. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Meine Drohne wurde zerstört. Los jetzt. Lade meine Schäden aus. Lade nach. beide kein leben mehr hinter uns die ist fast weg hier drin, hier drin ich gönne meinen Schilden eine Aufladen Moment, Schild, sichere diesen Bereich hast du eine Drohne? zwei gefunden das ist egal, bleibt hier drin, bleibt hier drin aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach yes, da brennt nice werfe Bodenstand aber auch ein ok, Feind am Boden ladenach die Erde beschossen nice ich glaub ich hab nur einen einzigen Tee ich glaub ich stand bei 10 jetzt ich glaub ich hab nur einen, alter null sogar, was? haben die denn noch geheilt, die Wichser, alter hehehe hehehe vor dem